Mein Name ist Rainer Thür, ich bin der aktuelle Zunftmeister im zweiten Zunftmeisterjahr, hier in Willisau. Ich hatte die Ehre, die schönste Zeit des Jahres anzuläuten, am letzten Freitag, die Fasnacht 2024. Eine zeitlich kurz begrenzte Fasnacht, aber sie wird abwechslungsreich sein. Und zwar haben wir das Highlight der Städtli-Fasnacht am 4. Februar, nachher am 8. Februar, der schmutzig Donnerstag. Dann kommt der Güdis Mähndung mit dem Sprüchle und die auslumpete Fasnachtsverbrennung am Güdis Zinstag. Für mich bedeutet die Fasnacht geniessen von einer alten Tradition, eine sorgenfreie Zeit, ausgelassen, feiern, aufeinander zugehen und fröhliche Stunden miteinander verbringen.